Wo wir in regionalen Schulräumen Technikunterricht versucht haben, auf die Beine zu stellen. Da war ich in einer Hauptschule und da war ich in der 9. Klasse und der Techniklehrer hat den jungen Schülerinnen und Schülern versucht zu vermitteln, wie man ein Segelflugzeug baut. Die waren alle total fasziniert und er hat dann über die praktische Anwendung die schulfachlichen Fragen geklärt. Da musste ja auch berechnet werden, Winkelbrechung und so weiter. Und dann kamen die Themen auf und dann hat er gesagt, jetzt schauen wir mal, wie wir das gelöst haben. Und die haben mit einer Begeisterung versucht, sich dieses Wissen anzuagen, aber nicht um des Wissens wegen, sondern weil sie ja dieses Flugzeug bauen wollen.